So, und da ich also gerade bei der Aufnahmephase bin, Aufnahmephase, Laune, Gebirge, Naja, so, spiele ich jetzt weiter. Ich bin übrigens 3 or 3, und die spielt hier an Ignau. Ark Acapari ist bei den Menschen angekommen. Oh, du bist wach? Wie geht es dir? Ist es so erstaunlich, dass ein Wiesch aufmachen kann? Das, das, da muss ich Lord Kumari erberichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Äh, hä? Weiß es nicht eigentlich, dass du aufgewacht bist? Erwacht wird sich ein bisschen... Bitte schön. Ich muss doch mal wieder raus aus dem Bett. Laser, das ist ein Schneemann. Der zerdeppert Wieschum. Und der ist auch so? Hallo? Hallo? Laser gehört zu keinem Staat. Es gibt keinen Führer. Und in den Augen Lord Kumaris leben wir in absolute Harmonie. Ey, das hört sich kripperein in Bezug. Weil absolute Harmonie gibt es nicht. Man kann da Mühe geben, dass es harmonisch zugeht. Aber es gibt immer Stress. Nur mal. Frau Farid, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Ja, ich habe auch einen ganz komischen Traum über Leben. Aber da war nicht die coole Musik von Elton John, sondern so. Und da war nicht die coole Musik von Elton John, sondern so. Und da ist eigentlich auch ein Name. Ich wüsste gerne, wer mich gerettet hat. Hi, ich heiße Lucky. Gut, dass es dir besser geht. Okay. Und ist dir gut? Du hast sehr lange getriebt und festgeschlagen. Aufgabe dich nicht. Ist damit, was zu kämpfen kommt. Wenn wir in den Shop geblieben. Und warum ist da bitte schön eine Kuschel darüber? Das heißt, du bist ein Klo? Oh, hallo. Bist du nicht der Junge aus meinem Dorf? Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch mal vermagige Schürze. Oh, meine Katze tragen müssen. Und werde meine blauen Haare verliessen. Oh, du bist es. Bist du doch noch aufgewacht und geträumt? Nein. Circa auf Live-Geschwein. Nur ohne den König der Löwen und den geilen, fetten John geht. Also, was ist es cool, Leute? Nicht geil wie im Sinne von geil. Also, mach mir halt jede Krankheit oder Verletzung. Gruß. Hm, mit denen habe ich nie gesprochen. So, das heißt, das sind Summelfiecher. Okay, ich mag die Kühe nicht, sondern ich... Also, es ist nicht meine Lieblingstherber. Die Bergs sind schon in die Beine, dort mit Kiere. Oh, Laden. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Oh, ja. 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 Hallo. Okay. Vier. Das heißt, ich kann fünf holen. Nein. Ich habe ausgerüstet. Ähm. Was mache ich da? Ja, das bitte. Was ist denn das? Toll. Okay, machen wir das nochmal. Und dann in der Küche. Nein. So. Gibt es auch hier Zukunft ein Magierland? Aber wie sehen eigentlich die ganzen Kaufworte genauso aus wie überall? Ist das das Schwester-Joy-Effekt? Obwohl, Pokémon gab es ja da. Ach so, ja, da kann ich ja rein. Was ist denn diese zwei Basen, würde ich hier gerade? Dass es hier, sag ich, ein Kiki gibt? Hallo. Das hätte ich auch gemacht, Farbe. Ich bin dort am Magierland. Warum weißt du auch nicht mehr Namen? Okay, aller weiser Mönch und so. Ja, im Nase, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du willst bald wissen, was du zu tun hast. So kannst du nicht mehr mit sonstem Kiki sprechen. Unkohl. Denn dies an sich, es ist einer der ältesten Zauber des Landes. Aber hier hält den Knochen Zauber. Also, der filopiert mich. Einfach so, ich will sagen, wie dem Zauberspiegel in Alicnoff. Ne, Alicnoff. Ich meine, Alicnoff-Zelter, Alicnoz-Fars. Weil da gibt es auch so einen Spiegel, wo man sich zurück... Einmal war Eingang, filoportieren, gar einen Haken an der ganzen Sache bei mir ist. Ich glaube, dafür braucht man Knochen-Magier. Das habe ich noch nicht verpänt. Doch, Kumari. Maggio ist angekommen. Ich weiß. Bitte ihn zu mir. Mal... Man kann, muss da Kristalle einsetzen. Nur man hat nur eine ganze Anzahl von Kristallen liegen gefeiert. Entschuldigung, ich habe Durst. Harry. Dein Schicksal hat dich zu uns gefehlt. Du hast die Macht, zukünftige Ereignisse zu beeinflussen. Äh... Ich will jetzt mich nicht unter Wettverkaufen, Dio, aber diese Macht hat wohl jeder Mensch. Nur Kumari, wenn es halt dann kommt, ist der für das Schicksal der Wirklichkeit. Wie schon gesagt, das kann jeder Mensch. Wie schon gesagt, da stellt die Laut Kumari, dass er wieder von uns zurückkehrt. Und da hat er in verschiedenen Körfern den Bittgen die Erde verpfaut. Oh, ist das ja die Biete? Ja. Okay, er hat aber... Wo muss ich das? Habe ich schon mit dir gesprochen? Hey, du mit der Torte, wo kommst du hin? Ich seh ihn nicht von dir. Nimm's mir nicht über, weil ich rede umgekehrt, wenn ich herkomme. Jacks sind wichtig. Sie transportieren Dinge und gehen wegen Fleisch. Woran kann man auf ihn reiten? Äh, dann reite ich lieber auch an vorne hin. Wo ist jetzt der Typ? Also... Ach so, die hab ich. Äh, ja. Kann doch nicht weit weg sein. Ach, da ist er ja. Äh, hallo, ich will mit dir reden. Nein, nicht der, äh, mit der... Na, schon kennt die Welt. Ich mag die Erzählung aus, Fernländer. Hallo, du bist doch... ...majo. Ah, endlich wieder da. Hallo, Fremde. Ja, vielleicht könnten wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir redest, musst du dich noch etwas gedulden. Und ich glitsch einfach mal durch. Das soll ich dagegen, oder? Hm. Weil die... Weil die... Die putschen ja richtig im Klauze rein. Äh... Ich will das schon wieder. 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 Und ich will das nicht rein. Ich will das auch nicht frei machen. Und dann geh ich mir... ...h Apple. Ich weiß nicht, belly一下. Oh, Fremde, auch Gucka. Ich kann's nicht sagen. Oh... Ich bin be horror. Sie hat die garbe Lesion zum Schatten, die sie für real lief. Auch andere Menschen nehmen diese Lesionen wahr. Möchtiger Zauber, würde ich sagen. Da-da-da, hallo! Du bist Paris? Lord Komori erzählte bereits von dir. Das ging aber schnell! Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Die Name ist mein Ding. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran, nach Dank an der Kirche. Das ging sie bei mir, dass sie vermisst ihre Eltern in Luran. Daher spielte sie den ganzen Tag in der Ruine Lurans. Munoani? In der Wüste nur östlich bei mir. So sagt man zumindest. Wie? Man sagt es mir nicht. Was soll das heißen? Das heißt, du weißt nicht, wo dein, äh, äh, dein Kind und dein Schwiegerkind zusammen mit deinem Iggykind gelebt haben? Hast du sie nie besucht? Und Computer? In der Wüste nur östlich von mir. Ich war noch nie dort. Mein Ding hat mir nie den Weg verraten. Äh, Moment nur. Also wirklich, du hast eine Familie, die in einer Stadt lebt. Aber du weißt nicht, wo die Stadt liegt. Und du weißt nicht, wo die Stadt rauskommt. Hast du nie Stress mit deinem Sohn, Tochter, gehabt, dass sie es in die Verraten wollten? Ja. Und was sagst du? Oh, Harry, das Schicksal hat Maillot und dich zusammengeführt. Meines Erdruckmacht seiner Waffen ist ein gewissames Zeichen. Bist du bereit, mit deinem Kräft Maillot und Maillot zu helfen? Ja, bin ich. Äh, ja. Äh, nordöstlich. Okay, dann wollen wir mal. Was für der ungericht, Leute. Warum? Letztes Film, naja, mit Maillen werden wir doch unseren Spaß haben. Ganz schön. Gubi. 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 Gubi.